hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge hier auf diesem kanal wir spielen wieder palau diesmal aber mit jemanden anderes hallo ich bin wieder zurück genau heute haben wir uns entschieden wir machen holz auf den feldern hier weil ich hab ja holz übrig und wir haben halt nur ein traktor deswegen leihen wir uns auch wieder ein traktor von nachbarn aus und für die natur wird hier erst mal sein hier aushalten und vielleicht auch in der nachbarschaft den hof kaufen um einfach hier wieder weiter voranzukommen mit weiterer technologie und um nougat zu helfen natürlich damit er damit er endlich bessere maschinen bekommt wir sind super ja aber größere ok dann geht es mal los äh Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020